3 Minuten Wiener Kaffeehaus Herr Christian Göttlich, nicht Göttlicher, weil es bei Gott ja keine Steigerung gibt, wie er sagt. Also Herr Christian Göttlich führt das Espresso-Hobby. Was darfst du sein? Wir haben einen großen Schwarzen. Ah, bitte. Und dann Kugelhopf. Kugelhopf. Es ist aus den 50er Jahren und die 1958 angefertigte Einrichtung ist größtenteils noch erhalten. Also ich habe leider keinen Auszug aus dem Gesamteregister, wonach sich das irgendwie genau darstellen lassen würde. Aber 57, 58 dürfte das Datum gewesen sein, wie das Lokal entstanden ist. Das mit annähernd 20 Quadratmetern sehr kleine Lokal hat eine gebogene, halbrunde Glasauslage, eine in schönem Schwung gebogene Bar aus dunkelbraunem Holz mit grauem Kunstleder, gegenüber eine durchgehend rote Sitzbank und sechs kleine Tischchen, die in einem S-Schwung wie an einer Schlangenlinie aufgefädelt stehen. Die Theke, dahinter die Gläser und Spiritosen, auf Glas-Etagiers vor verspiegeltem Hintergrund. Als Herr Göttlich das Lokal vor sechs Jahren übernahm, sah es hier nicht so aus. Das war eine geschlossene Anstalt. War abgeschirmt mit vielen, vielen Vorhängen, praktisch blickdicht von außen zu. Im geschlossenen Lokal ersetzt sich keiner an die Verhängung. Er hat viel restauriert, einiges neu gekauft. Die vergromten Kugellampen sind neu. Die Kaffeemaschine ist neu. Es ist eine FEMA E61 Legend. Das ist das Modell aus dem Jahr 1961, welches zum Jubiläum 2021 an wieder aufgenäckt wurde, von derselben Firma. Also, es ist kein Achtbaum. Es ist eine Wiederauflage quasi. Eine Wiederauflage der historischen E61. Eine Revolution damals und ein wunderbares Objekt heute. Sie steht zentral im Raum und glänzt. Die alte Frau Doktor sitzt auf dem Einsertisch. Sie lässt sich von Herrn Göttlich auf dem Handy anrufen, um zu überprüfen, ob es funktioniert, wenn später ihr Sohn anruft. Wenn ich die Wiener Bauarbeit in der Menage will, dann mache ich das ein bisschen anders, als wenn ich das Wiener Profet früh kam. Wenn die etwas älteren Namen verlängert werden wollen, dann soll das so schmecken, wie sie das brunzen. Und nicht so, dass sie mir das Lehrpunkt vorschreiben. Espresso Hobby, Weringerstraße 9, 9. Bezirk in Wien. Eine 50er Jahre Kaffeebar. Wir sind mal schön bei Ihnen. Danke. Sie hörten eine Produktion von 3 Minuten Radio am Mikrofon Winfried Sochor.